Wie schmeckt Pferd? Hm, kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Sohn sagt dauernd, wir essen unsere Pferde. Zu wem sagt er, erzählt er anderen Leuten um... Na, wenn er gefragt wird, und, magst du Pferde? Dann sagt er immer, ja, zum Essen gerne. Also das sagt er natürlich, um mich zu ärgern. Aber ich weiß es nicht. Hat er eigentlich mit dem Reiten schon angefangen? Der möchte mich reiten. Er hat es mal versucht, aber es interessiert ihn einfach nicht. Ist ja auch in Ordnung. Grob geschätzt, wie oft haben Sie schon, ich liebe dich, gesagt, ohne es zu meinen? Oh, selten. Tatsächlich, ja. Da warten Sie lange mit? Ich bin einfach, ich weiß gar nicht, manchmal sogar zu lange. Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie über die Ziellinie gerutscht sind? Ja, dass man mir dann gesagt hat, so, jetzt aber, Mädel. Jetzt aber, Mädel. Jetzt musst du mal was äußern. Ah ja. Um was beneiden Sie Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben? Ach ja. Ich hätte so gerne im Nachhinein Medizin studiert. Ich finde das toll. Ich hätte gerne Abitur gemacht, um das vielleicht jetzt nochmal einfach für mich zu machen, ein Studium. Das wäre aber jetzt für Sie keine Variante gewesen, dass Sie sagen, nee, nee, ich mache nicht das mit den Pferden, sondern ich gehe, was weiß ich, an irgendeiner Abendschule und hole das Abi nach. Ach, ich glaube, da habe ich einfach Schicksalge gehabt, weil ich wahrscheinlich zu faul oder habe wahrscheinlich Sorge gehabt, dass ich das nicht durchhalte. Keine Ahnung. Was ist an Ihnen unschön, Frau Brannecke? Was ist denn an mir? Unschön oder rein optisch? Das können Sie entscheiden, wie Sie wollen, aber Sie können, also je nachdem. Na, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und wie gesagt, ich muss diese Leichtigkeit lernen im Leben, die fällt mir schwer. Ja, also ich bin jemand, der sehr dramatisch immer ist und die Sachen immer manchmal zu ernst nimmt, zu gucken, was eine Moralvorstellung hat vom Leben. Und rein physisch? Was ist an mir? Unschön. Was müssen Sie beurteilen oder andere? Keine Ahnung. Gut, okay. Welche ungünstige Eigenschaften haben Sie an Ihren Sohn genetisch weitergegeben? Ähm, ich glaube, so einen kleinen Anflug von Jähzorn, wenn was nicht funktioniert. Also wenn Hausaufgaben einfach nicht, wenn man sich immer wieder verschreibt, dass man dann mal was in die Ecke pfeffert, das macht er auch. Wie riechen Sie, wenn Sie aus dem Stall kommen? Nach Mist. Haben Sie auch so ein Durchgangszimmer, wo Sie dann die Pferde sagen? Also so schlimm ist es nicht. Es ist ja nicht so, als ob man in Schweinegöhne steht. Also das ist, Pferdemist ist nicht so unangenehm. Sagt man als Pferdemädchen? Nein, das ist tatsächlich so. Und meine Pferde sind ja auch nicht, die sind ja sehr sauber. Ich misste die ja täglich. Also da, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da zieht man die Gummistiefel vom Haus aus und zieht sie halt neue Klamotten an. Dann duscht man gut. Ja, nicht. Aber ich hätte immer das Gefühl, dass schon alleine, als ich junge Frauen kannte, die viel geritten haben, dass die immer eigentlich so ein bisschen nachfährt. Wir sind so ein Geruchsfetischist, ne? Für jede Beziehung Fetischist. Aber nein, aber das Geruch ist ja nicht unbedeutend. õh- Untertitelung des ZDF, 2020